ja bei diesen besten in der presse hey und willkommen zur nächsten folge von rocket league es ist glaube ich schon ein bisschen länger her wann hatten wir letzten sonntag war rocket league ich weiß gar nicht mehr jedoch es kann ich weiß es ehrlich ich weiß es auch nicht mehr aber ich glaube rocket league ist schon ein bisschen länger her doch letzten sonntag hatten wir weil da habe ich den neuen da was habe ich den neuen autos vorgestellt da habe ich den neuen autos vorgestellt aber da war ich nicht so heftig das wird heute umso schlechter wir haben super der spielsaal im octane octane z s und kassieren direkt mann toren natürlich wird zusammen für dich angekündigt war ja ich bin schon kein gast mehr ja du bist schon stammgast ich muss nur ein bisschen mehr wenn du bist schon teil vom kanal ich dachte du triffst ihn deswegen bin ich auch zu wünschen der ersten super Mike es ist nicht vor allem bei gekickt das war genau es ist alles nur deine schuld ja ich war das ich habe dich die schale erster er hat dich nicht nur wie er sich die jahre schuldig mich direkt wieder da Prozent das kann das kann er war richtig schlecht die da Loller nein wir kommen in den Mittel als ob der ist ja noch doofer ich bin nicht reingefahren Gott war das so was verlieren wir er hat klar wir sind on point Freund mein Freund warte den hol ich den hol ich lass 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 er bin natürlich klar du wolltest die an die Gegner nur verwehren täuschen eben hier Täuschung und dann kann man beim beim dazu gelohnt da wird wieder ein Ding mein über was reden wir gar nicht was denn und stürmer ich weiß nicht ob du vier fünfmal die Woche oder vier fünfmal am Tag ich habe keine Ahnung weil du bist hier rückwärtsgang gefahren Loll 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 ich war schon wieder rückwärtsgang zu Kuhn machen wir ja es war was hast du was war ich hatte du kommst ja du hast mich outplay damit ist die Wurder kommen oder geht oder geht sich alter war das können es sich stand so mit dem Rücken zum Ding hat gesehen dass er nicht geht er hat jetzt auch gesagt. Der Krüppelball. Richtig. Der geht. Ja. Da ist aber der Mike da. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ich hab keine Tor. Ha 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 ha. Der geht jetzt tatsächlich. Hui, da ist aber der Flo da. Wir wechseln uns hier richtig ab. Ach scheiß, ich wollte den Ball. Ey, Junge, ich hab vorher. Ich hab den Fight. Nein, 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 nein... Alter, der kickt mich voll weg, so ein... HALO, NEIN, NEIN. Wo bist denn du gewesen? Im Puff. Im Puff. Ich glaub, du musst jetzt dreimal fühlen. Nee, fünf. Fünf. So schlecht wie wir spielen kommen, das wahrscheinlich keinen in die Folge. Doch. Oh nein, nein, der geht nicht. Ja, nur wegen deiner schlechten Einstellung. Oh nein, der hat gehen können. Ja, verdient. Lol, wir mir das Tor nicht gönnen. Ich muss mal kurz was umstellen. Ja, jetzt geht... Hallo? Der geht einfach. Dafür mache ich ein Tor, alter, lol. Heftig scheiße. Ja, die sind echt richtig, richtig kacke. Ich weiß nicht, was die machen, also keine Ahnung. Was machst du? Das Gewinn hier. Ja, ich habe gerade meine Kamera geändert. Ja, die Kamera. Meine Kamera. Kamera. Jürgen, was machst du? Doch, vibriert. Wie kann man so dumm sein? Ja, fragt ihr es mal. Dich! Oh, schade. Oh mein Gott, bist du schlecht. Komm, der sitzt jetzt, mein Freund. Der sitzt. Das war die Vorlage für die Vorlage für die Vorlage. Ist noch nicht vorbei. Vorlage? Ja, guck. Und das war die Vorlage für? Die Vorlage. Äh, und... Es ist ein... Einverlänger... 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 Das ist richtig traurig. Einvermögen. Warum ging die... Das ist halt echt. Wie traurig, das ist einfach. Wenn wir jetzt noch verlieren, na dann bringe ich mich um... Warte ist gut. GTA mit Plat. Die Arme, Herr Gott, GTA verstanden. GTA geplant. Du siehst nicht richtig, du hörst nicht richtig, was ist denn mit dir? Brechen kann ich nicht. Also ich glaube... Also Leute, die ganze Runde werde ich nicht reingeschnitten haben, weil es richtig schlecht von uns war. Aber allein das, das muss einfach ins Video. Weißt du, ich wollte halt so um den Ball rumfahren, du warst auch irgendwas vorgehabt. Und dann kamen wir aneinander und dann konnte ich nicht mehr rumfahren und dann ist er halt reingegangen. Ja gut, nächste Runde. Nächste Runde, meine Freunde, ich habe jetzt den Breakout. Alter, ist das heftig, was? Als ob. Da zündet er direkt das erste Tor. Das ist ein gutes Tor, guck es mal an. Angeschnitten wie ein König. Ein King, Kingdom. Hat er das Spiel verlassen. Ja, cool. Die haben richtig Bock. Oh, die haben richtig Bock. Nächste Runde. Nächste Runde. So, dritte Runde mittlerweile. Richtig geil. Komm, Flo, 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 Flo. Komm. Ich habe leider kein Nitro. Du musst mir helfen. Jetzt habe ich Nitro. Ich habe Nitro. Vorlage. Ich habe Nitro. Vorlage. Ich habe Nitro. Ich habe Nitro. Vorlage. Ja, willst du vielleicht noch mal sagen? Alter, war das geteampt. Ich muss was umstellen. Hey. Stell die ganze Zeit was um. Es war schon ein geiles Tor. Also es war eigentlich richtig scheiße. Ja. Weil das war saunnötig und hässlich, aber wir haben geteamplated. Also ist es geil. Hey. disso engaged. aufgeteilt. Was? Glück oder kein Glück, das ist vậyulöne. Ja, das war gar kein Glück. Na, er geht einfach nicht. Ich dachte, dass er geht. Schlecht. Halt dein Bull. Wenn du jetzt nicht abwehrst, das wäre schlecht. Aber ich bin nicht gut. Was machen die? Die Bilder? Ja. Ja, noch und wieder Theame gebläht. Noch doofer hier. Mit Theamen gerade voll. Ja, aber du machst keine Vorlage. Guck mal, wo du bist. Ja, ich muss ja abwehren. Ich fliebe aus. Hier kommt Vorlage. Alter, was machen die? Komm jetzt. Nochmal treffen, Nochmal treffen, Nochmal. Nochmal, Nochmal. Das fette Stück. Gott. Abfall. Ey! Ich raste gleich aufregend. Ich muss doch aufpassen. Ja, wir haben es verkauft. Junge, der Typ, der ist ja global. Was ist das? Er hat entschieden, guck das mal an. Ey, das ist der Typ. Guck, der war gerade AFK, weil er seine Hex konfiguriert hat. Konfiguriert? Ja, genau. Jetzt töte mich. Ah, das war gar nicht der. Alles gut. Hier richtig ausschlippt. Ho. Ja, und jetzt. Scheiße, Mann. Wenn du getödelt wirst, ist das ja richtig scheiße. Ich konnte hier nicht viel machen. Ich hab den halt angeditscht. Und dann. Oh, fucking Hex. Ja, doch auf, Flo. Du hast irgendwer falsch geschrieben. Geht dir auch was. Komm jetzt. Fluff, 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 fluff. Oh! Das war ja eine mega geile Vorlage. Nicht mal von dir. Hm. Natürlich war die von mir. Ah, doch, du hast die Vorlage bekommen. Mega geil. Mega. Ich hab schon zwei Vorlagen. Nein, scheiß. Oh, scheiße. Ich bin jetzt im Tor campen, Alter. Wie du mir das Nito jetzt glaubst. Wie ich ein Tor mach, doch nicht. Doch nicht. Ich hab ihn weggekickt, den blöden, blöden Mann. Wow, den Doofmann, oder? Oh, ich hab ein bisschen, ah, ich Angst. So ein Doofi. Hm. Jetzt musst du aufpassen, ich war da auf Nito, ich hab nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, was das von mir war. Oh! Ich hab ihn bekommen, ich hab Parade bekommen. Ich war dran. Junge, ja, das war ja auch Parade. Das war ja auch Parade. Der fucking Hex! Nein! Hast du das gesehen? Das war echt Hex. Mal gedruckt. Guck mal! Guck mal! Wie schafft man sowas? Jetzt müssen wir ein Tor machen. Wir verlieren. Wir verlieren. Nein. Nein. Nein, nein, wir verlieren nicht. Guck. Ja, ich guck. Ja, guck. Das steht dazu noch zwei. Nein, guck. Oh, das war eigentlich die Schlechtart. Von mir? Ja, du hast ihn voll lahm getroffen. Ich war schon voll vorbereitet auf jetzt ein krasses Ding. Ja, genau. Komm jetzt! Was machst du? Ja, ich muss ihn noch outplayen. Ich hab's aber nicht gekriegt. Outplayen? Das war ein Krotau. Ja, ich weiß, aber er kriegt ihn ja sonst. Mann, Leute, das kotzt mich an. Noch eine Runde. So, meine Freunde. Round 4. Runde 4. 4 gewinnt. 4 gewinnt. Ja, 4 gewinnt. Ich hab mich verdrückt. Und ich hab... Mach's mal. Alter, wie ich mich verdrückt hab, war richtig traurig. Drück mal zurück. Also draufs Mausgarten oder wie auch, wenn du zurückguckst. Dann rückwärts Salto gemacht. 1-0 aber. Ohne, dass wir ein Tor gemacht haben. Ja, auch ich. Ja, du hast nur gut geschrieben bekommen, weil... Ja, ich hätt's trotzdem reingemacht. Uuuuuh. Als ob der Experte... Ja, der war echt nicht gut. Der Schuss war nicht mal geil. Aber er schreibt guter Schuss. Ja, danke. Lol, der geht! Wuuuuh! Das ist das neue 20 zu 0. Dann brechen wir unser Rekord. Ich glaub nicht. Also der Experte ist jetzt gleich raus, ne? Der Anfänger... Der... ...hat dann auch keine Lust mehr. Gut erklärt. Ja. Ja, alles gleich. Plane out und er killt mich. Das hat so ausgeschaut, als würde der durch mich durchfliegen. Nein! Fluff, 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 oh, schade. Hey, Junge, der killt mich schon zum zweiten Mal! Mann, Alter! Ja. Cool, dass du ein Tor gemacht hast. Ja, aber der selbe Typ, ne? Kann echt nicht sein. Und dadurch bekommst du Punkte. Guck mal, es ist ein... Und ich mach' ich nicht. Nice. Ja, du lachst, wir kriegen hinten ein Tor. Ne, die sind so schlecht. Das nicht, sowas darf man nicht sagen. Das ist voll nicht nett. Ja, okay, die sind voll gut. Aber wir sind halt besser. Ne, die sind nicht gut, aber nicht voll schlecht. Alter, ist sehr gut. Ich bin gar nicht gesprungen, ich war jetzt gar nicht richtig, AFK. Was hat der überhaupt für lauter, Alter? Wie viel Geld gibt der denn in der Scheiß-Spiel aufs? Guck mal, was ich gemacht hab. Ich steh einfach unten und denk mir so... Hol. Was, das ist mir jetzt ein Problem? Das ist mir jetzt ein Problem. Wie kann man so dumm sein? Guck dir meine... Guck mal, was ich gemacht hab. Ich bin vorbeigefahren. Du. Wir sind beide einfach so eiskalt. Wie können wir... Was machen wir heute? Ich sag ja, am Anfang hab ich ja gesagt, die Folge heute wird noch schlimmer. Du! Ey, das ist mein Wort. Das musst du übrigens piepsen. Alter! Hör auf! Mach doch den Ball ja weg! Und ich bekomm keine Apparate. Danke dafür, Adolf. Ich rass gleich richtig aus. Ja. Mann, Alter, war das Tor schlecht. Wir spielen ganz so kacke, ne? Ah! Ich flippe so aus hier, ne? Das kann einfach nicht sein. Ich hab grad Ingame geredet. Was? Ja, super. Anstatt dass du in Richtung Torspiel... Ja, super! Ja, Junge! Bist du medialt? So, da würde ich sagen, war's für die heutigen Folge. Komplett crazy, komplett schlecht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da wird hoffentlich alles besser. Es tut mir schrecklich leid, dass wir so inkompetent sind. Aber ich hoffe, das war wenigstens ein bisschen lustig. Bis dahin. Das Wettbewerb, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao! Ciao, ciao! I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the blood. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who do what the wear, the how I fly, smear the ground. My chick 1010, she can stare the sound from miles away. Hello felt kind of. Now goodbyes. Feel like a title.